Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Produkten, Tests und Befragungen informieren wir uns regelmässig über die vielschichtigen Bedürfnisse und aktuellen Wünsche von unseren Konsumentinnen. Eine grosse Hilfe bei dieser wichtigen Aufgabe ist die GOB Konsumentenschury. Eine Gruppe von interessierten Mannen und Frauen, die sich aus mehreren tausend Mitgliedern zusammensetzt. Dank den Meinungen, Urteilen und Anregungen aus der Konsumentenschury können wir unsere Produkte verbessern, Verpackungen optimieren, Gebrauchsanweisungen in der Praxis ausprobieren oder Verbesserungen bei der Ladengestaltung verwirklichen. Auch die GOB Natura Plant Produkte und biologische Textilien von GOB Natura Line werden regelmässig von der Testfamilie unter die Lupe genommen. Vor ein paar Wochen war das die Unterwäsche für Damen und Herren. Und das sind ein paar Reaktionen von den Konsumentinnen und Konsumenten, die bei diesem Test mitgemacht haben. Generell wurde das weiche Material gelobt. War sehr angenehm überrascht über den Tragkomfort und den weichen Griff der Superqualität. Das ist meine neue Unterwäsche. Ist sehr weich. Und auch da, sehr weich, sehr angenehm zum Anfassen. Auch der Schnitt ist gut angekommen. Dieses Leibchen hat eine gute Länge. Andere sind immer zu kurz. Oder habe endlich keine Mühe mit der Länge. Bin begeistert. Kritiken oder Wünsche hat es zum Teil bei den Farben gegeben. Weil unsere Baumwolle aus biologischem Anbau aber ausschliesslich mit schwermetallfreien Farben gefärbt wird, ist nicht alles möglich. Unsere Textil- und Modefachleute suchen aber auch bei diesem Punkt nach neuen und immer besseren Lösungen. In diesen Tagen kommt übrigens die neue Natura Line-Kollektion in die Läden. Und das sind die Modetrends im Herbst 1996. Bei den Damen gibt es viele strukturierte Stoffe wie zum Beispiel Rippen-Jersey, Heavy-Jersey oder eher körperbetont geschnittene Jersey-Oberteile, Kontrastnöte, Jersey-Hosen, weit, locker und lässig, klassisch geschnittene Strick-Pullover in weiten Formen mit Rollkragen, V-Kragen und Rundhals. Für die Herren alles im Basic-Bereich, lockere, lässige, casual-Ware. Sweatshirts oder Unterzieher in Uni, aber ebenfalls strukturiert, graut oder grippt. Polo-Kragen, Serafino und neue V-Hals. Viel Strick-Pullover Uni in V-Hals, Rundhals und Polo-Kragen. Die Kinder-Kollektion ist sehr bunt und farbefroh, alles eher in Oversize-Kalten, locker und flippig. Sweatshirts mit Prinz- und Farbisets, Unterzieher Uni strukturiert, Leggings mehrheitlich Uni, aber auch bedruckt. Nach dieser fröhlichen Welt der neuen Gop-Natur-Allein-Herbst-Kollektion jetzt ein Blick ins Markenfenster. Als erstes die leichte Letta, die Sie früher als Linea gekannt haben und jetzt bei uns zum Aktionspreis überkommen. Letta, die leichte, die schmeckt! Ganz aktuell in unseren Läden ist im Moment die Uva Italia. Eine Traubensorte, die wegen der schönen, grossen Beeren zu den beliebtesten gehört. Den süssen und angenehmen Muskatgeschmack hat es auch am Armin Amrain angetan. Das ist das Rezept. Grüezi miteinander. Es ist ein feines Dessert, ein Traubengreme, das bestimmt auch Sie begeistern wird. Ich zeige gerne, wie es geht. Drei Eigelbe mit Zucker, Weisswein und ein bisschen Zitronensaft warm und kalt schlagen, wie wir sagen. Das heisst, zuerst im Wasserbad leicht warm rühren und nachher mit dem Mixer fest und kalt schlagen. Als Geliermittel habe ich das mal Gelin aus pflanzlicher Basis genommen. Es wirkt sehr schnell und darum muss man auch sofort den Schlagrang sorgfältig darunter melieren. Jetzt geschnittene und entkernte Uva Italia und dass es noch etwas Farbe gibt, auch ein paar blaue Trauben dazugeben. Die Creme in Dessertgläser, Schüssel oder Schalen abfüllen und es zeitlich halt stellen und dann mit Trauben und Münzblättchen ausgarnieren. Bestimmt möchten Sie die Traubencreme selber ausprobieren. Sie finden die genauen Zutaten und Mengen im Inserat von der Coop-Zeitung und wie immer auf dem Internet. Viel Vergnügen! Die Uva Italia für das Rezept offeriert wir Ihnen zum Aktionspreis von 1,70 Euro per Kilo. Daneben hat es bei uns natürlich noch mehr günstige Angebote. Hier eine kleine Zusammenfassung der grössten Hitze. 300 Gramm Pariser Brot gibt es für 1,20 Euro. Und das fix fertige Coop-Fondue im Duo für 14 Franken. Dazu ein siebenteiliges Fondue-Set für gemütliche 29 Franken. Und im Coop-Restaurant steht ein Vitello à la Serda mit Gnocchi und Zucchetti für weniger als 10 Franken auf der Karte. Auch ein Besuch bei der Importparfümerie lohnt sich. Dort fängt morgen die grosse Herbstaktion an. Mit ein Haufen Neuheiten zu sensationellen Preisen. Von Versace, Yellow und das Green Eau de Toilette mit 30% für Damen und Herren. Das neue Unisex X-Tales Body Talk für 20% für alle Junggebliebenen. Für die Herren ganz speziell Laco's Booster mit 20%. Für die jungen Damen das Shippie au de Toilette mit 20% Rabatt. Sie sehen, auch die Neuheiten kauft man in der Importparfümerie. Denn mehr zahlen ist Luxus. Mit diesen Tipps, die bestimmt auch Sie gut nutzen können, bin ich am Schluss für heute. Das Coop-Studio sehen Sie, wenn Sie Lust haben, am nächsten Mittwoch wiederum die gleiche Zeit. Bis dann und wiedersehen.